Das Paket Split Contracts Gold umfasst neben dem eigentlichen Gold Split Contract und der Lizenz auch Cashback Points. Derzeit entspricht die Anzahl der Cashback Points dem Paketwert in Euro. Das heißt, wenn Sie ein Paket für 220 Euro gekauft haben, werden Ihrem Guthaben 220 Cashback Points gutgeschrieben. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie dieses Paket erwerben können. Gehen Sie zu defiu.com. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Sign In und melden Sie sich an. Standardmäßig wird das Gold Split Dashboard geöffnet. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, sehen Sie eine Liste der zum Kauf verfügbaren Pakete. Wählen Sie das für Sie passende Paket aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase – Kaufen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsmethode auszuwählen. Die Zahlung ist nur mittels Ultima möglich. Nachdem Sie den Ultima-Token ausgewählt haben, bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit den Bedingungen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und auf Purchase – Kaufen – klicken. Im sich öffnenden Fenster werden der Betrag in Ultima und die Adresse der Wallet angezeigt, an die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse ist auch als QR-Code zum Senden einer Transaktion über die mobile Anwendung verfügbar. Zum Bezahlen senden Sie den erforderlichen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie auf eine Zahlungsbestätigung. Fertig! Sie haben das Paket Split Contract Gold erfolgreich mit Cashback-Points bezahlt. Nach der Zahlung sehen Sie, dass sich die Werte im Widget Gold Split License Usage geändert haben. Das bezahlte Paket wird auch auf der Seite My Contracts angezeigt. Ach, dem Erwerb des Pakets werden Ihnen automatisch Cashback-Points angerechnet. Um dies sicherzustellen, gehen Sie zu Ihrem persönlichen Benutzerkonto bei ultimacashback.com und melden Sie sich an. Sie werden sehen, dass sich die Anzahl der Cashback-Points im Widget auf dem Hauptbildschirm um den Wert der von Ihnen gekauften Pakete im Verhältnis 1 zu 1 erhöht hat. Die gut geschriebenen Cashback-Points können Sie sofort im Ultima Store verwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Arbeit.